Hallo und herzlich willkommen liebe Damen und Herren zu dem Let's Play Spider-Man. Ich habe jetzt verdammt nochmal dreimal schon die Story neu gelöscht und einmal war das, weil jemand reingekommen ist und mir das Let's Play quasi versaut hat und der einmal nicht aufgenommen hat, wo ich halt gut war. Dann beim zweiten Mal lag es einfach daran, dass ich so schlecht war. Jetzt beim dritten Mal, also gerade eben, kurz bevor ich das jetzt hier aufnehme, habe ich das auch schon gemacht und ja, also wie soll ich sagen, also ich habe jetzt schon dreimal aufgenommen, ich habe es jetzt wieder gelöscht. Ich war schon so weit, dass Peter in dem Labor von Octavius war und seinen neuen Anzug gemacht hat und jetzt muss ich erst mal gucken, ob hier auch alles stimmt. Also Untertitel mache ich schon mal an. Ähm, äh, der Rest ist sonst aus, weil, alter, das ist Barrierefreiheit. Bietet zusätzliche Optionen zur Anpassung, Grafik und Sound und, äh, ja. Kettung, bei der Kamera um, bei der Kamerasteuerung um, bei der Standardausstellung ist aus, okay. Dann lasse ich das bei der Standardausstellung, mal gucken, ob es jetzt eigentlich mal klappt. Ich hoffe es sehr, weil das Spiel macht mir Spaß, aber die, ähm, Probleme mit den Aufnahmen und so weiter nicht, weil ich habe es jetzt schon drei, viermal neu gestartet und das wäre echt nicht cool. Also ich fange jetzt zum vierten Mal, äh, mit, äh, der Mission an und, ähm, ja, finde es langsam nicht mehr lustig. Und, ja, ich danke euch für euer Verständnis, weil ich bin halt auch beim zweiten Mal schon ein paar Mal gestorben in der Mission und deswegen, ähm, ich habe schnell angefangen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der hoffentlich guten Story, die ich jetzt endlich mal meistert werde. Schöne Fotos auf jeden Fall. Schöne Fotos auf jeden Fall. Alle Einheiten, Stufe 4, Mobilisierung, Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Schöne Fotos auf jeden Fall. 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 schwingen. Also mittlerweile ist mir die Steuerung schon ausländisch bekannt. So, aber als Spider-Man werden wir natürlich trotzdem Spaß haben. Oh, an den Hubschraub einfach rangehangen und... Hopp! Komm schon, Yuri. Ich habe acht Jahre da aufgewartet. Du möchtest wirklich helfen? Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar. Bin schon fast da. Na ja, hoffentlich dauert es nicht so lange, oder, Spidey? Mein Lieblings-Superheld. Und mein Lieblings-Superheld-Spiel wahrscheinlich. Zeit für den Rambog. Weg! Okay, das weiß ich Bescheid. Das ist mir schon bekannt. Aua. Wow, Fiske hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freu mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Okay, Yuri, erledigt. Was ist? Yuri? Yuri! Ich wusste, dass Fiske nicht einfach abdanken würde. Sieht nicht so gut aus. Ruft mehr Verstärkung und riegelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werd dann mal... Dann mal los. Ja! Jawoll! Es ist soweit, Willy. Dann werd er mal reingehen. Geht ihn ab! Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mach den Weg frei. Folg mir! Lass hier, Spider-Man! Wir schaffen das! Okay. Schlechte Nachrichten. Ihr schafft das nicht, Kumpel! Es ist Spider-Man hier! Er wird alles vermasselt! Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Schlappt ihn! Das nennt man wohl feitselige Arbeitsumgebung. Das nennt man wohl feitselige Arbeitsumgebung. Los! Wir müssen ihn aufhalten! Bein'er Arsch-Ritte gefährlich! Ja! 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 Völlig übersehen! Alter! Okay, Fokus ist voll. Alles klar. Ich muss die Schützen ausschalten. Ich glaub, das waren alle. Los, los! Die Aufzüge sind abgeschaltet! Nehmt die Treppe! Ich mag es lieber etwas direkter. Spider-Man, Status? Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ein Ding festmachen wollen. Okay, auf in den Serverraum. May ruft an. Ich geh besser ran. Ähm, hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich seh mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollt ihr noch fragen, ob es bei uns am Abend ist? Nein. Na klar! Hey, ich muss los. Okay. Und ausgeteilt. Und ausgeteilt. Äh. Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Das wird wehtun. Okay. Okay. Haben wir erledigt. Roger. Ich muss den Server erfinden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Ähm. Ja. Äh. Ja. Wo ist das für... Achso, da. Stimmt. Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Da ist er ja. Ja. Mein kleiner Privateingang. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Ah ja. Ich fand die Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Nimm das! Wer es im Bett bleiben soll. Ich muss die Konsole erreichen, bevor alles gelöscht ist. Wir sehen, wo die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernpatch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie fein. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren bist du immer noch bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammter! Brecht die Tür auf! Sofern! Umgeb ihn! Das stört alles! Der Boss lässt sie dich um! Mein Werk! Was hast du jemals großes vollbracht? Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangster-Boss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Autsch! Ohne mich gerät der Abschaum, den ich in Schach gehalten habe, außer Kontrolle! Und das ist deine Schuld! Es war ein weiter Weg, Fisk! Wie traurig, dass er zu Ende ist! Er fängt erst an! Tja! Dann mach dich besser bereit! Tja! Dann mach dich besser bereit! Deiner Stelle will ich weglaufen! Oh, Alter! Wie lange kann ich denn noch? Alter, was? Was? Juri! Eine Explosion! Ich hab's gesehen! Fisk könnte alles verdrahtet haben! Ich schicke das Bombenkommando! Ich werde ihm freie Bahn verschaffen! Versuch' ihm den Hintern! Hase diesen Kerl! Ein paar Arschlitte gefällig! Ich glaub' das waren alle! Der Weg ist frei! Los! Das war's! Hey Jungs! Ich glaube Bomben gehören zu Willys Fluchtplan! Sie scheint festzusitzen! Kümmer dich um sie! Wir suchen die Bomben! Hilfe! Ist da jemand? Los! Alle weg! Evakuiert das Gebäude! Ich rette Markworth! Ich hab's da hinten auch Leute gehört! Ich werde sie finden. Spider-Man, wir können nicht weg. Wir sitzen fest. Ich hebe es hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? Los, los, los! Vielen Dank. Er hat es geschafft. Verschwindet. Okay, Willy. Ich komme. Spider-Man, ich bin's, Juri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk ein Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Verdammt. Juri, schick die Sanitäter. Schnell! Ich versuch's. Höh! Was ist es vom Helm geharrt, der da? Jetzt ist Schluss. Mehr Raketen? Bisschen übertrieben, oder? Boah. Packt die Dinger weg! Ich würde dir das mal stopfen. Packt das Ding weg. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Was? Ist nationaler Raketentag, oder so? Oh, fast gekroffen. Du kleiner Widerling, du. Tja, dann kriegst du erst mal Arschtritte. Na, komm mal hoch hier. Zack. Hab ich ja beim Haken gehen, doch. Und schwuppdiwupp. Mann, wie sind die Jungs vom Bombenkommando hier durchgekommen? Er ist hier. Schlapp ihn! Nur die Ruhe. Jeder bekommt was ab. So, dann werde ich jetzt hier nochmal... Oh, je. Seid ihr in Ordnung? Wir wollten gerade Verstärkung anfordern. Das bin wohl ich. Geh vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Achtung, Boss. Oh! Oh! Okay, jetzt kommt die Information, die ich schon weiß. Ihr habt von Anfang an mit Fisk unter einer Decke gesteckt? Boah, die Bilder kriege ich nie mehr aus dem Kopf. Okay. Euer Plan ist also nicht aufgegangen. Dann weiter mit Plan B. Eine ordentliche Kraft prügelt. Er darf nicht ins Büro. Jetzt knüpfen wir doch ab. Okay, volles Leben. Okay. Haben wir dann wohl geschafft, oder? Hey, Yuri. Einige deiner Leute standen wohl auf der Gehaltsliste von Fisk. Die gute Nachricht ist, dass das Willis letzte Front war. Ich stehe direkt vor seinem Büro. Schalt ihn aus. Sofort. Mit Vergnügen. Okay. Also wir sehen jetzt Fisk auf jeden Fall am Berg. Herumsitzen. Schreibst du deine Memo an? Vergiss nicht den Bindestrich zwischen Spider und Man. Mach den Heli fertig. Ich komme gleich. Erstaunlich, wie weit du gekommen bist. Aber deine Torheiten enden jetzt. Äh, du weißt schon, dass ich dich immer noch sehe, oder? Acht Jahre lang diese Anmaßung. Oh, für mich? War nicht nötig. Aber acht Jahre gut zusammengespart, oder? Ich muss meine Chance abwarten. Oh. Wird nachgeladen. Okay, jetzt. Was machst du das? Jawoll. Wie kann das sein? Was ist los, Willy? Du scheinst wütend zu sein. Ich werde dich vernichten. Oh, oh. Er ist sauer. Gib dein Bestes. Jetzt kommt er. Ne. Das ist meine Chance. Du bist zu weit gegangen, Junge. Nicht diesmal. Hehehehe. Daraus wird nix. Dicker. Hopp. Und hopp. Und hopp. Schau mal, wie viel Räume ich machen kann. Oh, wow. Das... Das ist der Abschaum dieser Stadt. Ha. Das Gleiche wollte ich zu dir sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Umsteht ihn. Boah. Halt ihn euch. Halt ihn euch. Ihr Schwachköpfe. Ihr seid zum Kämpfen ausgebildet. Also kämpft. Los, holt ihn euch. Ich will keine aus. Schützt den Boss. Nein. Ich schaffe das alleine. Dummköpfe. Aua. Okay, da kommt er. Boah. Ey, der soll mich nicht immer so erschrecken, der Dicke. Wissensäge. Einen Moment. Es ist gleich vorbei. Wo bleibt die Verstärkung? Ich weiß nicht was. Okay, versuche ich mich wieder zu bewerfen. Okay. 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 Ich habe noch nicht mal angefangen. Boah, Mann, Digger. Ich habe noch nicht ein einziges Mal gestorben. Ich habe noch eine Messe. Und sonst war das so, dass ich bei dem Bosskampf einmal verreckt bin und einmal bei den Männern, also beim Parcours. Und hier habe ich es ohne Verrecken geschafft. Geil! Aber es war auch ganz schön knapp. Der Kingpin wandert hinter Gitter. Das Ende einer Ära. Ich sollte das feiern. Vielleicht sollte ich Urlaub machen. Naja, wie in dem auch immer sein. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Haut rein bis dorthin. Ciao!